Unsere Renault LKWs sind alle mit Opti-Triver-Plus-Getriebe ausgestattet. Für das Opti-Triver-Plus-Getriebe haben wir uns entschieden, weil es das modernste auf dem Markt ist und auch ein ungeübter Fahrer optimale Verbrauchswerte erreichen kann. Die wichtigsten Merkmale des Opti-Triver-Plus-Getriebes sind kurze Schaltzeiten, sodass auch in der Steigung wenig Schwung verloren wird, wodurch der Kraftstoffverbrauch niedrig gehalten werden kann. Ein weiteres Merkmal ist der Fahrkomfort, wodurch der Fahrer sich auf den Straßenverkehr konzentrieren kann und nicht mehr durch das Schalten abgelenkt wird.